Dann herzlich willkommen zum nächsten FFR. Ich habe immer noch die gleichen Leute dabei wie letzte Woche und zwar diesmal andersrum den Fnupa, äh den Cap-Go-Lord, tut mir leid, tut mir leid, den Marek, den Cap-Go-Lord. Hallo zusammen. In einem Video versuche ich das beizubehalten. Dann hätten wir noch Case. Hi. Und äh, ja, den, den Cetawolf da. Hi. Der Kacknoob da. Ich puste mich. Der rasiert hat. Ich habe ein anderes Team mitgenommen, ne? Damit ich nicht zu... Ich hoffe, dieser hat ein bisschen mehr Style, okay? Aber, also, Bulby war schon echt sweet, okay? Können jetzt gegen Bulby sagen. Okay. Wow. Er hat jetzt einen Sly-Mog, das kann, äh, Dings. So, äh, nicht, nicht, Dings, weiß ich nochmal. Fluch, er wird sich mit Fluch hochboosten, ich sehe es kommen. Nein. Ist mir egal, ich gehe auf dich. Ich gehe auf dich. Ich bin gestoppt, wer als erstes gefokust wird und mir rausfliegen. Ich habe vielleicht gar keinen Sly-Mog dabei. Na, und trotzdem. Ich fokuse dich trotzdem. Aber ey, du, Spazi, du weißt ganz genau, warum ich jetzt dieses Pokémon dabei habe. Okay. Oh Gott. Shiny. Nice, oder? Ähm, nette, nette, nette. Jetzt ist die Frage. Klicke jetzt einfach mal hier drauf. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor noch einem Explo... Wow. Okay. Bäm's. Magnein gehört schon zu dem Wolf, oder? Zum Wolf? Ja. Easy. Wow. 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 Okay, Sash. Uiuiui. Wow. Einfach nur wow. Wow. Alter, nicht dein Ernst. Verdient. Okay. Wow, ich dachte eigentlich, ja, ich dachte, du gehst auf Explosion. Wer Explosion? Ja, Elektroball. Deswegen dachte ich, komm, vielleicht tanke ich das da. Dann könnte ich mich hochheilen. Aber war leider nicht so. Machen wir so. So, ihr kriegt mich nie. Doch, kriegen wir den. Nein. Jetzt gehst du auf Explosion, oder? Ne, Voltwex, okay. Ist auch interessant. Elektroball konnte ja in Gen 1... Er konnte erst in Gen 3 eine Elektro-Attacke per Level ablernen. Wenn ich jetzt nicht dieses Scheiß-Item hätte, hätte ich dieses Elektroball weggebracht. Tja. So, jetzt treffen sich die Pflanzen. Hat da wohl jemand einen Wahlband? Jetzt habe ich diesmal das Dancen der Sonnenflora. So wird Sonnenlicht. Solar Beam. Auf wen? Wir haben gerade ein paar... Ja, natürlich auf dich. Ja, aber da passen wir nicht rein. Alter, never. Warum? Ja, sorry. Pflanzen-Pokémon? Wir haben dir gesagt, sei mal ein bisschen gesünder. Von wem ist eigentlich Chester? Achso, von dir ist sie. Das ist meins. Wow. Oh yeah. Bad, yeah. Bad Damage. Und jetzt habe ich leider ein Pokémon dabei, was beschissener ist als beschissen. Jetzt haben wir nur Pflanzen-Pokémon, bestimmt reingeschissen. Achso, ich habe ihn nicht rein. Immer dann, wir sind ein Shiny-Pokémon. Oh, Wolke 7, stimmt. Das heißt, du hast keinen Chlorophyll mehr. Easy. Aber wir können nichts gegen Chester tun. Chester ist der King. Ich kann was gegen Chester tun. Ich bin echt der Schnellste hier. Wenn Tangela der Schnellste ist, dann... Wow, jetzt wurde ich einfach besamt. So, ich muss mir jetzt selbst sogar mal ein bisschen boosten, weil dann hat Chester keine Chance. Ich habe predicted, dass er sich boostet. Und der Boost, der wird ge... Au. Wow, ich war null Damage. Oh, man hat mir der Zunge abgeschlagen. Oh nein. Kugelsicher. Fuck! Ich habe voll vergessen. Ich auch. Oh mein Gott. Chester, nice. Geh weg, Matschbombe. Nice, Mann. Ah, da habe ich gewusst. War predicted. Ja. Easy. Okay. Okay. Das ist die Frage. Ich mache jetzt glaube ich das da. Okay. Chester, ich glaube an die Plage. Du wirst nicht fühlen. Das hatte ich eh nicht vor. Trinkst du eigentlich ebenfalls ein Emo-Lied? Ja. Steinnagel. Flinch. Ah, verdammt. Nicht mich. Oh. Nice. Moment, warum war das sehr effektiv? Das ist eine normale Attacke. Matschbombe. Matschbombe war ich gar nicht. Ich habe gerade das Fleisch gewesen. Ich hoffe, dass du das effektiv verbringst. Alles von Flora ist schon voller Hippie, ne? Okay, Chester, ich glaube an dich. Hedgehog, kommt zurück. Hallo. Oh mein Gott, nicht Hedgehog. Es ist der Hedgehog. Ich werde immer noch wissen, ob du jetzt Explosionen hast oder nicht. Möchtest du sehen, Witzen? Okay. Ich frage mich, wer jetzt am schnellsten ist. Ja. Ja. Absolut Wahnsinn. Warum habe ich gerade eigentlich keinen Plageschaden bekommen? Geh Plage weg, wenn dein Monster... Plage geht weg, ja. Ah, okay. Krass. Himi. Wer ist das denn da? Ach du Scheiße. Alter, hätte ich das vorher gewusst. Jetzt kommt hier die Power. Ja, gut. So, Labim. Achtung, mach schon fertig, komm. Bitte wieder auf mich, komm. Auf mich, auf mich. Oh, ich habe Wolke 7 vergessen. Und das... Wow. Sehr gut, sehr gut. Ich habe ein bisschen Angst gerade... ...vor den Phenexes. Ja. Ach, ich tue nichts. Ich bin nur eine kleine Feuerhexe. Nein. Nur eine Feuerhexe. Eine Feuerhexe, die Sonnenblumen liebt und deswegen denen nichts antut. Ganz genau. Ich mache es mal nachzumachen, ich mache es aber besser als ihr. Nein, ich mache es noch besser. Ich habe nämlich ein bisschen Angst vor einer Feuerattacke. Ne, du wirst euch sehen, was ich meine. Skam-Pistole. Jetzt wird er hier. Ja gut, viel Spaß beim Auf... Oh, okay. Aber geht hoffentlich aufs Schlupfer. Und bestimmt Zauberer. Ja, natürlich. Das muss ja sein. Warum gehst du auf mich? Das ist auf voll Predigt, wo du so auswechseln. Ja, wow. Viel Spaß beim Eboliten. Jetzt tut das noch mehr weh. Und tschüss Eboliten, der macht jetzt noch mehr der MES wegen Zauberer. Und Salabin. Und tschüss. Und tschüss. Alter, weißt du, das letzte Mal. Das letzte Mal machte ich einfach alle kaputten, jetzt. Da merkt man, boosten ist immer das, was man braucht. Hier gibt es übrigens Friedhofen auf dem Feld, wie ich finde. Das Gute ist, ihr müsst eurem Solarstrahl jetzt aufladen. Ein Fried, das heißt Victor, was ist denn hier so aus? Hätte ich jetzt einfach mein Zauberer doch mitgenommen, ey. Hätte ich mein Taki-Leiter jetzt noch gehabt, ne? Oh ja. Alles von Schora lächelt mich an, da kriege ich um die Aggression. Guck mal, wie süß das ist. Sonnenkern wäre noch süßer. Sonnenkern. Wazi, die Attacke solltest du theoretisch eigentlich tanken dürfen. Gefriertrockner, nein. Ist auch bestimmt. Nein. Auch easy tankst du die. Nein. Easy tankst du die. Sicher, wie soll ich die tanken? Das ist ein Step, Gefriertrockner von einem Labgras und ich bin dann bis so. Ey, das Fanexus pullt alle Items weg. Ach so, ich höre vorjahr den Tank. Tschüss. Was können wir tun? Das Fanexus pullt die ganzen Items weg. Tja. Wazi, ich sag doch, die solltest du tanken dürfen. Ja, und ich kill jetzt so ein Schlaufer. Was soll ich denn machen? Alter, es war ein Quid, nice. Ich kill jetzt so ein Flora. Hast du ein Eisbuch oder sowas? Das hier. Nein, nein. Das reicht nicht aus. Doch, natürlich. Wie du einfach mal wirklich so aus dem Treibarm da rauskommst, ne? Es hat gewunken, hast du gesehen? Süß. Auf Wiedersehen. Tschüss, sie kommt später wieder. Nice. Okay, was haben die noch? Oh, hallo Hedgehog. Ja, das ist noch da. Five GenJoy. Oh, what the hell. Oh, what the hell. Oh, what the hell. So, also dieses Headshot kann uns jetzt alle... Warum hat Lektro Baller nicht Augenbrauen? Kann uns beide killen. Das ist, weil es geil ist. Weil es süß aussieht. Hallo Chester. Der kommt zurück. Oh doch, Nid auch noch. Mit ein Gedankengut. Nein. Der lacht schon so. Elektro Ball. Auf. Bitte nicht auf mich. Nein, bitte nicht. Alter, willst du nicht verarschen? Das ist so tanky. Ja und? Ich bin tot. Tschüss. Okay, jetzt müssen wir über Labras. Warte mal, wie viel hast du noch K.O.H.? Nur noch Labras. Oh. Also, du weißt, auf wen wir gehen. Wer sich boostet ist Fred. Okay. Moment, äh, Marek, bist du schon raus? Ja. Easy. Du hast noch drei Pokémon, ne, Bartzi? Ich weiß, wer jetzt der Fred ist. Das sind nur LC-Pokémon, okay? Das Problem ist einfach nur, dass der Step-Surfer einfach zu wenig Schaden macht und der Gefriertrockner auch nicht viel machen wird auf dieses Ding, ne? Ja, du müsstest critten. Hm. Äh, du, hier wird nicht gecrittet. Aber ich glaube daran, dass Argen unsere Welt retten kann. Genau. Jetzt ist Labras das schnellste Pokémon hier. Easy. Wird Chester das noch tanken können? Vielleicht. Oh, ein Chester kriegt ein K.O.H. Alter, willst du mich verarschen? Ja. K.S. Oh, Mann, ey. Aber hey, wenigstens ich letzte geworden, ne? Keine Sache. Okay, Chester, wir packen das, okay? Ich glaube an sie. Jetzt bin ich immer mal gespannt. Ich auch. Okay, er wird mich jetzt wahrscheinlich rauchen. Oh, ein Wunsch drauf. Oh, nein. Alter, das kann sich jetzt nur noch um Stundenhandeln, habe ich gehört. Keine Sorge, Jungs. Das kriegen wir schon hin. Alter, es spritzt da noch seine Samen auf das Ding, ich glaube schon. Oh, Mann, nicht so pervers. Was wäre? Oh, ja. Das Sieg Amaro. Spritz, Spritz. Natürlich, hallo. Wenn du anfängst, dich zu boosten, okay. Ein volles, äh, wie heißt es? Äh, Ohrdoch. Ohrdoch. Und viel habe ich nicht mehr. Okay. Du hast nur LCs. Ja. Die werden das packen. Ich glaube daran. Du hast ein paar, dann gibt es da, hast du ja. Skam-Pistole. Vertraue auf dich. Sieh, du hast ja burnen. Wozu? Der geht auf die Schlammburge. Lichtkanone. Auch LCs. Nee. Alter. Special D-Drop? Oh, scheiße. Alter. Ich glaube, wir haben einen Gewinner. Würde ich ganz vage behaupten. Leute, warten wir erstmal auf das letzte Poker vom Wazi. Richtig, wir haben immer noch Twitter. Höhlechen, ja. Okay, Leute, ich habe verloren. Ich habe verloren. Ja. Brave burn everything. Alter, durch einen einzigen Brave burn will sich Twitter, glaube ich, selbst umhauen. Kann das sein? Das ist wahrscheinlich. Ich kann es so oder so nicht. Oh mein Gott. Ah, es kommt jetzt. Slash. Jetzt habe ich verkackt. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wenn du damit das Ding noch umreißt, ey. Abschlag, wow, kacke. Ich habe aber kein Item. Und ich bin leider nochmal auf dem Schwerter. Und ich dachte, du gehst auf den Tiefschlag. Alter. Verdammt. Komm schon, mach das Ding kaputt. Hast du einen Ruhrort? Weißt du, was aber cool ist? Ich habe auch kein Schwing. Okay. 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 Ich lasse mich nicht. Jetzt kommt. Twitter, das sind alle meine Twitter-Follower. Denke ich das? Easy. Ich glaube nicht. Oh, easy. Okay, okay, alles gut. Alles gut. Wir können das schaffen, Twitter. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das. Das ist voll der Faker. Twitter ist blau. Na und? Ich habe einen blauen Körper. Ja. Ich habe einen roten Kopf. Woher willst du nicht wissen, dass das, äh, wie heißt das Ding noch mal auf Deutsch? Wie heißt das Ding noch mal auf Deutsch? Welches meinst du denn? Ja, der Vogel. Datil, der Tari. Genau. Wo willst du nicht wissen, dass das Ding nicht blau ist? Ja gut, das ist ein Spielfeder. Ja gut, das könnte schon blau sein. Da ist auch Schwerthans gegangen. Aber egal, trotzdem, Twitter, ihr habt mich nicht enttäuscht, ihr hättet es fast geschafft. Hätte er keinen Gladiantrie gehabt, hätte er verloren. Alter. Aber die müssen ja immer die Freeds mitnehmen gegen meine LC-Macht. Bulby wird sich rechnen. War richtig auch. Sau unfair. Sau unfair. Egal, aber trotzdem, wir waren zwei lustige FFAs. Ich bedanke mich, dass ihr da wart. Die Kanäle der jeweiligen Leute sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.